Was spielen wir jetzt? Rennen fahren. Sandrennen. Wala. Ich konnte nicht mal die Musik ausmachen. Vor allem, ich habe nicht mal Sitzung starten gedrückt. Der Countdown ist vorbeigelaufen. Keine Ahnung, der wäre voll sehen, glaube ich. Ach, nein. Ach, das ist wieder sowas. Ne, das ist ganz normale Stuntrennen von Drogs darstellt. Das ist kein Parcoursrennen. Das ist doch alles genau. Ne, ich weiß. Ich habe ein scheiß Elektroauto. Ja. Ne, ich nicht. Was ist denn das? Das war gerade ein übelstes Ton. Weiß ich nicht. Ich habe noch mal. Ich habe noch mal ein normales Auto. Werden den gelben? Mach Markus. Okay. Nein. Zu weit. Das war's. Das war's. Ich bin 2. Ich bin 2. Komm ausgekommen. Ich bin vor mir 1. Würden Sie jetzt sagen, das ist eine Chance, das ist eine Chance, zieht durch. Oh, Alter ey, so wie ab da waren. Das ist abartigend teilweise. Ich habe gar nicht, ich musste gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Das ist meine ich auch. Oh, Hallo Baby. Entschuldigung. Ich bin von oben runtergefallen, war da völlig in der falschen Richter. Alter, das passt so. Sorry, das war keine Absicht. Ah, jetzt mal weiter vorne. Was hast du gemacht? Ich bin explodiert. Ach. Sonst halte ich immer so in die Luft gehen. So warm im Auto, deswegen. War mein Bruder, ha? Das Mikro-Wern-Popcorn ist explodiert. Pop. Corn. Der kam flach. Füße hoch, der kam flach. Yeah. Und eins beendet. Ah, du gewinnst das Ding sowieso wieder aufs Buch. Ich möchte von dem scheiß Ding runtergefallen nehmen. Oh, das ist really cool. Ichittede rein. Jägen. Ich bin schwer, wenn ich ihn wieder brauche. Ich bin wegen dem Moment der Wind. Ich bin schon am Ende der Wind. Ich bin der Wind. Es war echt. Es war sehr das, ich bin ein. Ich bin... Und das ist, dass ich bin. Ich bin dein Leben. wenn er keinen fehler macht ja dann gewinnt das auf alle fälle normalerweise macht er keine fehler oder nicht viele es ist marcus das ist das ich hoffe dass ich dich doch kriege aber das wird auch schon wieder eng werden schon wieder drei sekunden weg da steht 13 ja also kommt mehr zu kursieren aber ich muss ja oh mein gott diese scheiße ecke weil jedes mal wenn ich mich in die röhe reinfahren drehe ich mich weg hier ist ein deutsches lied auf kult 99 1 eisbären das hat sich wie die peste dann an der röhre der 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 bürger jetzt schickt euch mal nachher ein bild was hier passiert ist gerade nicht wirklich meins Ja, du stinkst, Markus. Jetzt ist es nicht. Aber alles gut. Ich bin aus der Röhre geflogen und da rauf gelandet. Ach du Scheiße. Dann nenn ich mal Verkasko aus. Ich hab dir Fresse gefallen. Einfach ein Falschumsprung. Oh ne. Direkt auf den Boden geklatscht. Einfach gerade runter. Lass mal alle auf Markus wett. Und dann verliert er nicht. Dann sagt er, dass er gewinnt. Wenn er dann nicht gewinnt am frischen Besen. Ich will nicht springen. Ja gut, das Wichtigste ist erstmal unten anzukommen. Du kannst so viele Punkte holen oben in der Luft. Trotzdem, wenn du unten die Falschaufgaben hast, dann warst du das. Wir sind auf Null. Ja, Markus hat jetzt schon 75. Ja gut, der muss halt, der ist aber ein Dings vor mir. Ich hab jetzt zum Beispiel 85 schon. Also ich hab jetzt was an der Luft einfach in die Mitte ein. Ja, ich hab einfach die Falsch in die Mitte gesetzt. Ja, der hat immer 5 mehr. Gesichtsklatscher, minus 5 Punkte, abgezogen. Ich glaub's nicht. Noch mal 15 dazu. Zweiter, okay. Ich hab eigentlich fast alles voll getroffen. 95 Punkte, lass mich rat, Markus, du hast 200, ne? Ja. Scheiße, Mann. Ich dachte, ich bin echt gut angeguckt. Und da hab ich irgendwo ein Zehner eingepackt. Wo ich verlohde, wo das war. Ja, selber. Aber hey, ich hab eine Wette geworden. 25 hast du sogar. Gab ja keine Wetten, wurden ja abgesagt, waren nur zu wenig. Nämlich. Hm, richtig. Die einfach 15 Punkte dafür bekommen, hä? Oh, geil. Ist das normal? Ja. Oh, die Zone da oben ist... Es gibt nur ein Fahrzeug. Es gibt nur ein Fahrzeug. Maze-Bank-Tower. Maze-Bank-Tower. Hm. Jetzt wird's lustig. Hör auf mit der Scheiße. Nein. Alter. Ja. Rückt mal mit. Ich mach, cool, ey. Babys Wagn ist kaputt. Babys Wagn ist kaputt. Oh, tschüss. jetzt war es kaputt ja sie kann nicht mehr fahren weil sie hat ja lieber im motor überbelastet weil sie so lange dagegen gefahren ist bis er angefangen hat zu brennen das lag ist mit meinem internet los muss es aber hier liegen nicht an mir jetzt hast du jetzt hast du eigentlich gewonnen weil baby sich ja nicht mehr werden kann so runterfallen aber wir wollen jetzt nicht in der minute 30 noch zu buchen wie ihr steht oder sagen zumal dann mache ich jetzt auch zähne nr 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 mann ich wollte warten dass ich 15.000 dafür nr 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 Du hast bestimmt 10 Millionen und Müll fluchtet da aus, würde ich sagen. Jetzt hab ich grad 200.000 noch. Ja, ich hab jetzt noch 1, irgendwas Millionen. Ach, dreimal Kajo und das Geld ist drin. Hä? Dreimal Kajo gemacht und fertig, ich hab hier 4 Millionen. Das ist gut. Ich spiele nur wegen der Karre, weil ich die überdichtigen wollte. Das hab ich jetzt aber nicht als einzig, oder? Hä? Das Kiff gerade so geleckt hat? Nee. Ja, gut, okay, da bin ich nicht. Was? Ich hab geleckt, okay. Wurde mich eigentlich. Wurde ich kann sagen, das Mikro ist ja mit der Mischung. Ja, das kann ich nicht über das Ding. Ja, jetzt steht das wieder so der dran an mir. Nein, nein 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 Als ob sie sich gerettet hat. die alle zu dritt zusammenarbeiten und alle zu dritt schieben schöner 3a verbindet euch schön gegen mich na du wie geht es uns heute ist den schwung falsch eingeschätzt aber die wagen haben auch ganz schön überdreht also immerhin 22.000 ach ja das nächste bier ja ja genau das nächste bier von lippen eistee das nächste bier ja das ist das neueste kauft sich gut ich habe noch was zu essen das ist das nächste bier von lippen eistee das nächste bier von lippen eistee das